Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes für vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit. Es unterstützt einen sportlichen Lebensstil und wird in Bronze, Silber und Gold vergeben. Für den Erwerb empfiehlt sich eine gute Vorbereitung mit qualifiziertem Training, wie es vor allem von Sportvereinen angeboten wird. Eine Mitgliedschaft ist dabei keine notwendige Voraussetzung. Das Deutsche Sportabzeichen wird verliehen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch Menschen mit Behinderung können das Deutsche Sportabzeichen erwerben. Hätte, könnte, würde, war gestern. Einfach machen. Du hast 365 Tage im Jahr dazu Zeit. Wähle dazu aus den vier Disziplinengruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination je eine Übung. Notwendige Voraussetzung ist lediglich der Nachweis der Schwimmfertigkeit. Die entsprechenden Übungen kannst du frei wählen. Werfen, Laufen, Turnen sind so gar nicht deins? Kein Problem. Dann versuche es doch mit Radfahren, Seilspringen oder Standweilsprung. Die jeweiligen Leistungen stehen im sogenannten Leistungskatalog, der sich nach Alter und Geschlecht aufteilt. Deine Ergebnisse werden in eine Prüfkarte eingetragen. Die Abnahme erfolgt durch qualifizierte Prüferinnen und Prüfer, die die Richtigkeit mittels Unterschrift bestätigen. Du bist ohnehin schon sportlich aktiv? Prima! Viele Verbandsabzeichen können eine der Disziplinen ersetzen. Die abschließende Beurkundung findet in den Sportkreisen statt. Dort erhältst du auch, falls gewünscht, das entsprechende Abzeichen. Gemeinsam sind wir stark. Getreu diesem Motto gibt es darüber hinaus jährlich wechselnde Wettbewerbe, an denen du gemeinsam mit deinem Betrieb, Verein oder der Familie teilnehmen kannst. Bist du bereit, deine persönliche Herausforderung anzunehmen? Dann los, worauf wartest du noch? Übrigens wird das Deutsche Sportabzeichen von vielen gesetzlichen Krankenkassen für deren Bonusprogramm anerkannt. Weitere Informationen und Materialien findest du auf der Homepage des Deutschen Olympischen Sportbundes oder auf der Seite des Landessportbundes Hessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017